Die Leute sind auch schon ein bisschen Ballaballa, wenn ich alles so höre, was alles so passiert und man hört da, kommen sie nur noch mit Messer und so. Also im Endeffekt, Messer ist ganz groß an. Die Leute laufen mit Küchenmesser rum, wo dann mal andere die Jürgen mitschnicken oder Kartoffeln mitschellen. Von daher, schon krass. Die zweifeln ja die Intelligenz der Leute an. Wenn ich das alles höre, was die da berichten, dass der Mann da geht mit seiner Frau und mit einem Pärchen um den Weihnachtsmarkt und geht nicht mit dem Haus. Und da sind das lieber Jugendliche. Da schreiben die auf einem Schild, haben sie geschrieben, warum machen Kinder so was. Eine 17-Jährige ist ein Kind. Im Endeffekt wird wieder so schön unterm Teppich, lassen wir das nicht so aufbauen. Im Leben hätten sie ja nicht darüber berichtet, aber das geht ja heute nicht mehr. Also so funktioniert das nicht mehr. Oder was nur Fernsehen und Presse sagt. Im Endeffekt, dass die sozialen Medien da gibt, das ist schon eine coole Sache. Dass die Leute sich da auch anders informieren können. Die berichten ja nur Scheiße oder da was sie wollen. Da hast du ja echt gesagt, du bist ja verarscht von Führer bis Hinge. Das ist schon eine harte Nummer gewesen. Das war ja in München. Wenn du da hängst mit den Videokameras und alles. Guck uns, die Kameras hinhängen, wie sie wollen, das verhindert das trotzdem nicht. Die haben zwar jetzt die ganzen Jeißeskranke gekriegt, diese Jeißeskranke, aber das verhindert das nicht. Der Mann ist tot oder du kriegst mal auf der Fresse und trotzdem hast du es gekriegt. Im Ende ist es uninteressant. Hätten einfach mehr Polizisten da sein müssen, Leute, die die Leute auch schützen. Ist schon schlimm genug, dass am Weihnachtsmarkt die Polizei rumlaufen muss. Das ist schon das allergrößte. Normalerweise sagt man, da läuft der Weihnachtsmann rum. Aber die Kavalerie läuft ja mittlerweile da rum. Also von daher. Ja, in Köln ist das gleiche. In Köln lüfte ich mich rum. Lär, sagst du eigentlich mit der Maschinenpistole? Ich denke, was das da hat dann? Am Weihnachtsmarkt? Da musst du den Zühlchen mit einer Maschinenpistole wegnehmen. Das ist schon eine krasse Nummer. Und dann stellen die die Autos hier vorne hin. Das geht nicht mit dem Autorenfeld. Das hat sich also schon verändert ohne Ende. Ich weiß nicht, was das noch mit Weihnachtsmarkt so lohnt. Der von Merkel. Ja klar. Der Raumluftbefeuchter. Also, der haben wir dazu verdanken, wie es jetzt hier ist. Die hält sich ja immer Steg um. Weißt du? Das wird ja immer so. Am Endeffekt die ganzen Politiker. Alles hat man hier zu haben. So. Was soll ich dazu sagen? Das sind so. Weißt du? Die reden das alles schön. Und als wenn alles wunderbar ist. Und von daher. Kannst halt eine Pfeife rauchen. Ehrlich. Also, wenn ich die alle labern. Ja, bla 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 bla. Ehrlich. Was hier los ist. Vor zwei Jahren sind gute Glühbirnen verboten. Jetzt sind wir auf dem Level. Jetzt fahren wir nur noch elektrisch. Ja. Wo die Elektro hinfahren. Wo die nicht hinfahren wollen. Mit der Elektroauto. Das weiß ich auch nicht. Also, das ist ja Wahnsinn. Da kannst du auch vom Playmobil. Oder vom Toyser Aser Elektroauto holen. Oder die Plastikautofessel damit. Oh. Ist ja gleich. Oder hin mit den Rollers. Wo sie alle fahren. Hat nicht das letzte. Hat nicht gesehen. Wo es so kalt. Boah. Die Rollers. Da kannst du ja nicht mehr lang mit fahren. Wenn die drüste Stunden ziehen. Ist ja grün. Ob immer Pop. Ist das leer. Da kannst du ja nicht lang mit fahren. Daran siehst du ja schon mal. Was das hier alles. Was das für eine Scheiße ist. Also von daher. Ist halt alles ein bisschen hier. Ne. Die Welt geht unter. Ne. Kreta. Lässt grüßen. Und so was. Also. Ja. Das ist was ganz Neues hier. Das ist ein sogenanntes Werbebanner wie man sieht. Ne. So. Kannst hat richtig Sinn. Hier nur. Da oben ist ein Haarfrecht. Also wenn du Hilfe brauchst. Oder wenn du Probleme hast. Ganz einfach. Ne. Ja. Ja. Nicht verzagen. Anwalt fragen. Ja. Sehr. Ganz klar. Ne. Das hier oben. Und hier ist eine Web AG. Also kannst du was bestellen. Ne. Ich will zwar nicht warten. Aber du kannst irgendwas bestellen. Irgendwas küttern an oder so. Wenn ich mich nicht täuschen. Ne. Ich muss doch uns anrufen. Google. Hey Google. Ah. Google ist ja schon bekannt. Seit 21 Jahren. Ne. Alteingesessene Firma. In Köln. Ne. Ganz klar. Und die Unger ist natürlich das Größte. Das ist das allergrößte. Fortuna Köln. Hier. Es ist die Fortuna Köln. Altkölner Traditionsverein. Ne. Also. Der wird demnächst mal ganz vorne sein. Das ist. Die sind am Aufstieg. Nicht Absieg. Sondern Aufstieg. Es ist schwer. Beim Fußball ist das halt so. Hat auch viel mit Geld zu tun. Ja. Keine Frage. Aber hat auch was mit dem Trainer zu tun. Und von daher würde ich sagen. Da sprechen wir noch öfters drüber. Aber Fatuna. Ne. Auf die Wand zu sprechen. Da kann jeder drauf. Der Bock hat. Der bisschen Spülgeld hat. So. Der kann hier mit auf der Wand drauf. So. Und kriegt das alles schön mit. Und ist hier in Köln oder über die Kölner Grenzen hinaus bekannt. So. Bessere Werbung. Originale Werbung geht das ja nicht. Unterstützen. Auch für gute Zwecke mache ich das. Ja. Keine Frage. Die kommen auch dabei. So. Wenn es um Kinder geht oder sonst was. Oder wie gesagt. Auch wenn es für gute Zwecke ist. Bin ich gerne bereit. Und dann kann man das hier auf dem Werbebanner machen. Und dann ist das in Ordnung. Ne. Aber wie gesagt. Ich würde mich freuen. Das ist eine richtig gute Idee. Wenn das hier mit der Werbung funktionieren würde. Wie gesagt. Ich mache das doch für gute Zwecke. Ne. Wenn hier die Leute dann geben Sachen. He. Dunderdrop. He. He. Ganz klar. Eine kleine Oberlust. Klar. Logisch. Ne. Lügen müssen ein bisschen Spülgeld haben. Und dann fertig.